Resident Evil 6, the final chapter, wird der letzte Auftritt von Alice aka Mila Jovovich und die lässt uns jetzt den ersten Blick auf den Look des Films werfen. Ein verlassener Straßenzug, ziemlich endzeitmäßig und man ahnt schon, dass hinter jeder zerstörten Ecke ein Zombie stecken könnte. Der Film spielt in Raccoon City, geht also ein bisschen back to the roots und es sollen mehr Zombies auftauchen als jemals in einem Resident Evil Film zuvor. Das Spannende an der Kiste ist aber, dass Mila Jovovich auch verraten hat, dass bald der Trailer kommt und sie kann es kaum abwarten, wir ganz genauso. Am 2.2.2017 soll the final chapter in unsere Kinos kommen. Freut ihr euch auf den ersten Trailer zu Resident Evil 6? Eure Meinung dazu jetzt hier in die Kommentare und danach klickt euch auf film.tv und tragt euch dort in unseren Verteiler ein, dann schicken wir euch alle neuen Trailer und News demnächst direkt auf euer Handy, entweder per WhatsApp oder auch per Facebook Messenger.